Ravi Raja Gopala. Ist das nicht ein toller Name? In einer alten indischen Sprache bedeutet er die Sonne. Das passt doch. Ravi ist nämlich ein richtiger Sonnenschein. Der 14-Jährige ist in Berlin geboren, aber seine Eltern kommen aus Indien. In Berlin hatten sie auch schon ein indisches Restaurant, davon gibt es dort allerdings viele. Ganz anders in Altenberg. Hier sind alle sehr neugierig auf das indische Essen und Ravis Familie. Ravi und Elea sind sich sofort sympathisch. Freundschaft auf den ersten Blick sozusagen. Klar, die beiden sind ja auch arambolische Mini-Rexonis, Prinz und Prinzessin eben. Das verbindet natürlich. Ravi kennt sich in Arambolien noch nicht so gut aus wie Elea und sein Arambolisch ist auch noch ausbaufähig. Trotzdem, die Arambolier lieben ihren Prinz Ravi Ratschput. Er staunt nicht schlecht, als er sein Gesicht auf den arambolischen Eulomünzen sieht. Zu Hause in Altenberg ist Ravi im Prinzip ein ganz normaler Junge. Obwohl, ein bisschen außergewöhnlich ist er schon. Man kann es hören, wenn Ravi auf seinem Cello spielt oder wirklich schön singt. Neben der Musik liebt Ravi auch Sport. Beim Basketball muss er sich allerdings ziemlich anstrengen, um mit Elea mitzuhalten, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Das interessiert Ravi übrigens nicht besonders. Er behandelt Elea wie ein Mädchen ohne Rollstuhl. Er weiß, dass sie im Prinzip alles alleine kann. Aber wenn sie doch mal Hilfe braucht, ist er für sie da. Ganz klar, Elea kann sich immer auf Ravi verlassen. Egal ob in Altenberg oder in Arambolien. Und umgekehrt ist es genauso. Und umgekehrt ist es genauso.